Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute wieder Call of Duty Black Ops 3 zusammen mit dem Bad Greaser und Utze-Birds. Und ich habe mich jetzt mal umentschieden. Ich habe jetzt mir eine MP gekauft. Oder gerade, was heißt gekauft? Freigeschaltet. Weil ich die schön fand. Ich kaufe Waffen nach Schönheiten. Ob die cool aussehen. Ja, so muss das. Boah, der ist so ein Kackdruck. Oh, eine Witze. Ich laufe nie mal rein, oder? Du bist mir wirklich reingelaufen. Ich habe nichts gemacht. Das war ja jetzt super episch, ey. Na klar, kommt ja von hinten. Sag es dir mal wieder, wer von hinten kommt, ist schwul. Außer wenn ich jemanden von hinten töte, dann ist das Skill. Nur Juhuli hat mich getötet. Juhuli, die Drehksau. Da steht der da und alle laufen rein. Das war so klar. Der ist ja immer noch am Eck. Ja. Was habe ich denn, ey? Boah, was ist denn hier los, ey? Spielverderber, Königsmörder, was bleibt? Ja. Nach so einer Killreihe, ey. Der stand da jetzt die ganze Zeit und hat die Leute weggepratzt. Blitzschlag, Leute, in die Häuser. Was hast du denn da für so einen schönen Skin? Wer hat? Oh, drei Leute. Da kam eine Granate rein, Daniel. Wenn du noch gelebt hast. Da ist ein Zerberus. Kommt die von hinten, ey. Ach, du meinst, was ich für einen schönen Waffenskin habe? Feindliches, verstärktes Geschütz gesichtet. Das sah schon richtig Sneaker aus. Die habe ich mal so und so eine Äxte drin gehabt. Okay. Man kann mal Glück haben und sowas drin haben, ja. Oh, ich bin verdrückt. Joss hat da auch irgendwie so einen schönen Skin gekriegt, oder? Weiß ich nicht. Wir haben auch verschiedene Waffenskins und so, ja. Machst du mal die 30er Kisten auf, oder was? Machst du mal die 30er auf, ja. Ah, wie? Feindliche Drohnen. Lohnen sich denn die 30er Kisten mehr? Also, man kann lieber sagen, spar lieber fünf Runden. Entschuldigung, Daniel. Kein Problem. Start ganz gut. War ganz entspannt. Was wollte ich sagen? Du hast da auf jeden Fall immer was Seltenes drin. Ach so. Na gut, dann spare ich lieber. Lieber ein bisschen sparen und dir dann sowas Schönes holen. Ja, ich weiß nicht, was es ist. Ich drücke jetzt einfach drauf. Wow. Das wusste ich nicht. Die hätte ich sonst gekriegt. Ich konnte mal eine Waffe gerade aufladen mit so Blitz... Ach, spielst du den, den, mit diesen, äh... Den, den Prophet. Der so aussieht wie Morpheus, ne? Ja, genau. So, der hat so eine Railgun. Der hat eine Railgun. Steht der hinter mir, ey. Steht der hinter mir, ey. Vergeltung, Rächer. Daniel klappt mir voll ins Kill. Kill meine ich. Boah. Übelst geil. Juhuli. Juhuli. Ein Schwuli, wo es von hinten getötet. Alter. Wie ich nur aufs Maul kriege hier, ey. Das ist scheiße, wenn man kein Visier hat. Neck ich mir jetzt von hinten. Pass mal auf. Pass auf, Leute. Jetzt erlebt ihr Skill vom Feinsten. Da. Da, über dir, Daniel. Auf dem Berg. Ja. Ich hätte euch jetzt natürlich den übelsten geilen Skill gezeigt, aber Daniel hat mir den Kill geklaut. Ja, böse. Was? Killt er mich weg? Was ist los mit dir? Ja, du bist Daniel von ihm auch von gelaufen. Das war jetzt einfach so eine, äh... Angstsituation, weil einer hochgesprungen ist und ich ihn nicht identifizieren konnte. So läuft das hier, Leute. Wenn man, ähm, gut ist, dann wird man vom Teammate gekillt. Ja, ist klar, Jos. Warum machst du da nichts? Ich war hinter dir. Und du standst mir im Weg. Und ich wollte es nicht gehen. Ups. Das... Du bist mir echt vor der Waffe gelaufen, Alter. Vorräte unterwegs. Ich hab schon keinen Titel für die Folge. Oh! Nein! Oh, jetzt klauen die mir meine Vorräte. Wo denn? Ich rette sich. Dich. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Noch ist keiner da. Komm schnell hierhin. Ich werde hier voll alle gemacht. Bin tot. Da kommen zwei Leute. Ja, die stehen da. Die campen die Box einfach ab, die Huren gehen da. Wohlstand, Daniel. Ich beschütze dich. Ups. Gut. So was denn? Äh, so eine Mikrowelle. Mikrowelle? Ja, cool, wenn die gut platziert. Ach so. Nein, ich wollte die da im Wasserfall. Weißt du? Ja, ist nicht sehr gut platziert. Nein, ich hab's gesehen. Ich lauf hinter ihm. Der schießt nicht mal, der schießt. Der läuft einfach weiter. So sah das bei mir gar nicht aus. Ja, ja, ja. Leere Worte. Das sind Poser. Ja, wunderschöne 10 Kills gemacht. Das ist, ähm... Ja. Wurde auch die ganze Zeit von Teammates abgeballert. Hahaha. Nicht, dass das jetzt noch kommt, ey. Quasi. Oh, geil. Das ist ein gutes Visier, endlich. Was heißt denn ein gutes Visier? Was ist denn hier ein gutes Visier? Also, von Anfang finde ich, wenn man jetzt keine Ahnung hat, oder noch nicht so viel mit Hardcore gespielt hat, das eine, hier was Freund-Feind-Erkennung hat. Aber ich finde dieses schlichte LV-Visier super cool. Okay. Okay. Alright. And Poser. Okay. 안딤-Erkennungat. Das Spiel beginnt jetzt, wir spielen Aquarium, Deathmatch. Aquarium habe ich auch noch nicht gespielt, doch Aquarium ist das mit den Haien, das habe ich glaube ich gestern mit Joss gespielt. Ja, aber jetzt gespielt. Werden wir das heute noch viel mehr spielen? Ja, ich glaube ich stream nach Dingsbums. Ja. Was? Ah, COD. Habe ich irgendwie Bock drauf. Ja, macht im Moment echt Laune, aber ich muss mir das gleich erstmal kaufen, meine Spielzeit läuft ab. Los, auf sie. Was geht, Leute, seid ihr mit mir down? Der hat mich getötet? Ich nicht. In Freezy wurde Fehler gemacht. Was? Selbst getötet. Wieso habe ich das Ding gemacht haben? Oh, ein Flip? Nee. Da hast du einen ins Gesicht, Junge, ey. Du hast aber Glück gehabt, ey. Ja, ja, ja. Ja, ich nicht. Du hast keinen geklaut. Der Assi, ey. Du wirst von deinen eigenen Typen getötet, weißt. Ja, fickt doch die Henne bunt. Hinter mir, Joss. Hinter mir. Ah, ne, dritt um. Oh, was? Ja, vor mir ist auch einer. Ich habe wenigstens noch was fürs Tank gekriegt. Ja, Mann. Cheater. Juhuli kommt wieder. Wer? Ey, die sind so flink wie Weasels, ey. Ey, da rutscht einer durch. Wird verrückt. Ey, da sitzt der da an der Ecke und wartet. Na tun die alle, die Hampels. Was? Haben wir jetzt? Jetzt haben wir Spawnflip. Toll. Ich habe ihn gehört, aber warum mache ich das? Gehen aus. Weg da. Komm hier um die Ecke und dann knall ich direkt an den Reihen, Junge. Boah, ich hasse das, ey. Die schießen so schnell. Rache, Junge. Cone comeback und Vergeltung und Volltreffer und alles. Mein Bildschmerz war da Blut. Und da kriegst du ihn direkt noch mal rein, Junge. Nicht mit Papa. Oh, Mann. Oh, diese 76 Uhr. Oh, Daniel. Bist du die alte? Ich dachte, die hätte nur einen Bogen. Ich habe Sichtpuls. Ich habe Sichtpuls. Sichtpuls ist besser als Bogen oder was? Ja, ich finde den Bogen auch besser. Sichtpuls ist halt so ein Mini-Wallhack. Und ich benutze den, damit ich den Skin freischalte. Da bestimmte Fähigkeitsbäume benutzen, damit du andere Kostüme für deine Klasse freischaltest. Ach so. Ja. Man steht dann jetzt zum Beispiel, bei mir steht jetzt für das nächste Kostüm irgendwie 20 Kills mit Sichtpuls. Ach so. Alles klar. Ja, und wohl. Ja, ey. Ich habe ich gesehen. Er rennt ja mit einer goldenen Rüstung hier durch die Gegend. Mögt ihr zwar euch nicht? Er hat mich jetzt schon gekillt und wie die ihn, ne? Ja. Nicht, dass du gleich rausfliegst. Oh, Jos! Ich habe es doch gesehen, der Dinger. Der Mac komme ich auf keinen grünen Ast. Das ist so eine Gummel-Map. Bäm, Level 20. Du goldener Humpel, nicht hier. Komm, wo ist der nächste? Und da kriegst du noch einen. Und ich krieg auch einen rein. Juhu! Boah. Hier oben ist ein Blauwal. Die haben hier Sevis Mutter aufgehangen. Guckst du eigentlich der Bille, Mann? Der ist gemuted, keine Ahnung. Boah, ey. Hardcore. Leck mich doch. Ja komm, 76 wieder so. Blutens hinterher gesprungen, ne? Als wenn das weiß. Genau und der. Ja, hier kann auch keiner leiden. Genau und der. Haben wir. Haben wir auch. Haaa, du Assi! Ja und einer kommt noch aus dem Wasser gelullert, Alter. Was geht denn verkehrt mit euch? Jetzt hab ich's aber mit ihm. Oh, 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 oh. Oh, hoch. Haaa, jetzt hat er den auch getötet. Lass mich mal eben erschrocken, ey. Ey, die Juli, die steht da unten und zielt schon. Du siehst schon, wie die aimt. Siehst sich direkt ab. Das ist doch unglaublich. Achtung, feindliche Zandros unterwegs. Ja, komm, ey. Oh, feindliche Vorräte. Schnell dahin, schnell dahin, schnell dahin. Oh, 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 oh. Ich werd jetzt da die Samerus-Ding auf einmal. Er kommt. Die schießen da durch irgendwelche Wände durch, das kotzt mich voll an. aber volle pulle hier fuhr so ein kleiner panzer auf mich zu soll doch der blitz beim scheißen treffen aber richtig direkt hinter dem blauwalios geschützt was 99 100 das ist doch kacke wo die beiden die haben beide der letzte kill bin ich guck mal er steht da warte 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 alles klar leute wenn es euch gefallen hat lasst ein like da schaut bei badcrees vorbei der ist ein kleiner streamer da könnt ihr mal ein follow da lassen und wir sehen uns zur nächsten folge tschüss